Liebe Gemeindinnen und Freunde, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, 100 Tage, genauer 109 Tage, ungefähr eine Jahreszeit, ein Vierteljahr. Das klingt nicht nach viel. Das Schuljahr und die Studiensemester auf den Unis laufen noch, bis zu den Sommerferien sind es noch etwa eineinhalb Monate, aber die Urlaubsplan steht meistens schon. Doch nur wenige hundert Kilometer westlich von hier denken die Menschen nicht mehr in Jahren oder Monaten oder Wochen. Es geht um jeden einzelnen Tag. Und dann bekommen 100 Tage und ein bisschen mehr auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Vielen Dank. Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank für's Zuschauen! 2014 wird für die Ukraine ein souderener Staat in Europa und einem anderen Staat, nämlich Russland, militärisch angegriffen. Im Februar 2014 und in den folgenden Jahren beschränkte sich das auf die Krim und die Ostukraine, einschließlich meiner ehemaligen Heimatstadt und jetzt. Seit dem 24. Februar dieses Jahres hat Russland seine Angriffe auf die gesamte Ukraine ausgeweitet. Über Jahre wurden verhandelt, wurden Abkommen geschlossen. Waffenbedingungen an die Ukraine wurden genauso wie ein NATO-Beitritt der Ukraine abgelehnt. Jetzt geht es 4. Mai in Europa. Tatsächlich ist es 4. Mai 2009. Das ist 4. Mai 2014. Das ist 4. Mai 2014. Das ist 4. Mai 2015. Das ist 5. Mai 2017. Das ist 5. Mai 2019. historische Erfahrung, einen aggressiven Diktator mit Zugeständnissen besändigen zu können. Aber über zwei Jahrzehnte hat die Welt trotz und hingegen aller historische Erfahrung dem Aufbau einer neuen Diktatur mit aggressiven Nationalismus, Freihandbildern und Expansionsansprüchen zugesehen und dachte, es würde schon nicht so weit kommen. In den letzten Jahren, Herr снова думал, dass agressiven Diktatoren können, In den letzten Jahren, Herr über zwei Jahrzehnte, hat er noch eine neue Diktatur mit aggressiven Diktatoren, Opel Sambrava und Expansionisten, die Pritatsarien, ich denke, dass er zu dieser Diktatur nicht erhält. Weit gefällt. Nach dem ganzen Zuschauen, Augen zu drücken, entgegenkommen, verhandeln vielen am 24. Februar in diesem Jahr wieder in aller Früh Bomben auf Kiew. Wie in dem sowjetischen Lied über den Angriff der deutschen Wehrmacht auf der Sowjetunion 1941. Auch die Tyrannen und Überlebenden jenes Krieges und Überlebenden des Rakaus fanden sich erneut unter Bombenangriffen wieder, mussten erneut fliehen und sich in Kellern vor den Bomben verstecken. Menschen, die die Möwgebiedesten fanden, wie die Menschheit zu schütten, und im Rakaus zu den Lenken sterben durch die Puttensbomb~! Alle waren in der Kirche, die wir alle wissen, dass sie in der Kirche sind. Die große Mehrheit unserer knapp 700 Gemeindemitglieder kommen aus der Ukraine und seit den frühen Morgenstunden am 24.02.2022 bekommen wir Nachrichten von Freunden, Verwandten und Verlegermitgliedern. Außer ganzer Ukraine, die seit dem Untergrund aufwachten. Manche konnten fliehen, manche sind noch da und kämpfen, manche sind in besetzten Städten, manche sind verschwunden, vielleicht verschleppt worden. Die Geschichten der über 100 allein jüdischen Glücklinge, allein in Freiburg, um die der Betreuung und Unterbringung, wir uns als jüdische Gemeinde kümmern, Zeugen von Traumata und den Schrecken eines Angriffskrieges, der mittlerweile die Züge eines Vernichtungskrieges angenommen hat. Das sind die Züge eines von der Züge einer und die Welt des Menschen und nach religiöseem Verständnis von Gott Schöpfung ist. Sie zeugen davon, was passiert, wenn Verantwortungslosigkeit vor den eigenen Mitmenschen, vor der Welt und vor sich selbst herrscht. Auf der anderen Seite zeigt gerade der Ukraine-Spitz in Selenskyj, was Verantwortung heißt und zeigen Menschen, die Ukraine zu welch überwältigenden Leistungen Menschen durch Übernahme von Verantwortung in den schwersten Stunden in der Lage sind. Sie wissen, dass es, wenn Menschen wissen, dass es, wenn Menschen wissen, dass es die Menschheit ist, die Menschheit, die Menschheit, die Menschheit. Und, согласно religiösному пониманию der Menschheit, der Menschheit ist, dass es, wenn Menschen überwältigend sind, wenn Menschen überwältigend sind, die Menschen überwältigend sind, die Menschen überwältigend sind. In der anderen Seite, die Ukraine-Spitzende Zelenky zeigt, was das ist. Und die Menschen in der Ukraine zeigen, welche große Herausforderungen die Menschen in der Erwartung haben, in der sie in der Erwartung haben. Als Juden wissen wir, dass aus der Tora, wo die Übernahme von Verantwortung für sich und die Mitmenschen ein ganz besonderes Wohenstellungswert hat. Und als Weg zur Vergegnung von Sünden und Versöhnung mit Gott, wie sie selbst zu den Kerngedanken gehört. Mit ihrem Kampf übernehmen die Ukrainerinnen und Ukrainer aber auch eine weit über die Ukraine hinausgehende Verantwortung. Sie kämpfen auch für unsere Freiheit. Die Kremlführer haben bereits klar und ausdrücklich zu verstehen gegeben, dass es bei weitem nicht nur um die Ukraine, sondern im gesamten Raum von, Zitat, Lissabon bis nach Vladivostok bis zu Kiel. der Kremlis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis. Es wird kein Minsk-3 geben. Der Kreml muss diesen Krieg verlieren. Alle Rufe nach Verhandlungen, weniger Waffen, Abrüstung etc. sind menschlich verständlich. Wie aber die Geschichte uns nun ein weiteres Mal gezeigt und Tränen recht ins Gesicht geworfen hat, Episement macht Aggressoren noch aggressiver. Die einzige Art, mit Kriegsverbrechung zu verhandeln, ist, wenn Sie auf der Anklagebank internationalen Gerichten sitzen und Freiheit, gibt es nicht zum Montag. Als Sie ganz kurz da понять, Minsk-3 nie будет. Kreml должен проиграть эту войну. Sie präsenten, переговорen, меньшему количеству вооружений, разdorgen und so weiter, aber человечески понятно. Aber wie sie noch einmal zeigt, diese Geschichte, die sich nur noch in der Anklagekonten, Abwechslung macht es aber alles noch mehr aggressiv. Wenn Sie eine Verkaufungen mit völten Politikerinnen können, wenn sie in der Anklagekonten wurden, mit den Anklagekonten und die Anklagekonten. Und es ist eine Anklagekonten. Musik 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 Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind heute Abend zu dem Konzert und heißen Sie ganz herzlich willkommen zu einem musikalischen Mosaik. So vielfältig und farbenfroh, wie ein Mosaik gestaltet ist, so vielfältig ist auch die Auswahl der Musikstücke, die Sie heute Abend hier hören werden. Unterschiedliche Komponisten aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Kulturen, unterschiedliche Musikstile, aber auch die Vielfalt an Emotionen wird in den Stücken ausgedrückt. Freude, Trauer, Hoffnung, Enttäuschung, Liebe, Ja und auch Spaß darf heute Abend sein. Eröffnet wurde das Konzert mit dem Walzer Nummer 2 von Dimitri Shostakovich, entweder aus der Jazz-Suite Nummer 2 oder aus der Suite für Varieté-Orchester. Musikwissenschaftler sind sich hier nicht ganz einig, zu welcher Suite er ursprünglich gehört. Dieses Werk hat kein einfaches Schicksal. Es wurde 1938 geschrieben und er klang ab und zu in Konzerten. Aber dieser Walzer erweckte kein Interesse und geriet dadurch mehr und mehr in Vergessenheit. Zu einem Hit wurde er erst 1996 durch den US-amerikanischen Film Eyes Wide Shut, die Augen weit geschlossen, von dem Regisseur Stanley Kubrick mit Tom Cruise und Nicole Kidman. Als nächstes hören Sie von Cäsar Quy, Oriental, aus dem Zyklus-Kaleidoskop. Und das anschließende Stück ist von Sergei Prokofiev, Der Marsch. Vielen Dank. Er hat sich mit dem Walser in der 2-Jazes-Suite in der 2-Jazes-Suite in der 2-Jazes-Suite in der 2-Jazes-Suite. Aber in der Zeit, nicht nur ein Verwichter, was er in der 1-Jazes-Suite in der 2-Jazes-Suite in der 2-Jazes-Suite in der 2-Jazes-Suite. Er hat eine sehr gute Arbeit, eine zu erinnern. Er war in 1938 und währenddessen, er zu erinnern, was es zu erinnern. Aber Walser nicht mehr interessiert, er war es nicht. Er wurde nur in 1996 mit einem amerikanischen Film mit dem Regisseur von Stanley Kubrick mit Tom Cruise und Nikola Kiebmann mit Glauben. Danach hören Sie von Cezaria Kui, »Vосточная сказка«, »Cyclo-Karidoscope« und »Sergia Prokofieva«, »Mart«. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Bravo! Zitem folgt Divertisment Igera Fralova. Divertisment verwendet ist in Italien als »Razwечение«, »Udovolivie«. Ihr mag diese Karte, und ihr habt, was etwas удивiert. Musik 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 Jetzt reisen wir gedanklich nach Südamerika, ganz genau gesagt nach Argentinien, in die Welt des Tangos. Was für eine breite Palette des Lebens man durch ein Tango Argentino ausdrücken kann, dies hat Astrid Piazola in seinem Schaffen zum Ausdruck gebracht. Sie werden gleich drei Tangos in ganz unterschiedlichen Formen hören. Das erste, Oblivion, vergessen, ist ein langsamer Tango. In seiner Urfassung liegt die Melodie beim Bandoneon, der argentinischen Form des Akkordeons. Dieses Stück wurde aber bald zu einem sehr beliebten Stück verschiedener klassischer Symmisten. Musik 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 Er schwebt ihn in Süd-Amerikas, in Argentinien, in den Tango. Der Tango ist ein großer Spiektrum des Lebens durch das Argentinische Tango. Astro Piazzolo erzeugt ihn in seiner Arbeit. Ihr hört drei Tango in verschiedenen Formen. 1. Abbrevion – это «Medlinная Tango». In original версии, мелодия выполняется на Bandeone – аргентинской форме акадеона, но вскоре произведение стало одним из самых популярных произведений различных солистов-классиков. «Medlinная Tango» «Medlinная Tango» «Medlinная Tango» «Medlinная Tango» Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Die Reise geht wieder zurück nach Europa. Sie hören jetzt zwei ukrainische Lieder. Das erste Traumkirschen. Die Musik ist von Vasily Michael Nück. Die Kirschen blühen üppig überall. Die Schneeballblüte ist so schön wie eine Braut. Das Mädchen wartet in einer stillen Ecke des Gartens auf ihren Liebsten. Das zweite Lied ist ein poetisches Liebeslied nach der Musik von Nikolai Vesenko. Unter dem Mond und den Sternen ist die Nacht so hell und klar. Ich warte auf dich, meine Liebste. Ich möchte mein mit Lieben gefülltes Herz dir schenken. Jetzt hören wir zwei ukrainische Lieder. Ich denke, ich denke, sie müssen auf die Lieder. Aber ich denke, ich bin für die Leute, die aus der Ukraine gekommen sind. Die erste Lieder ist eine Musik von Vasily Michael Nück. Es geht um Wiesn und an den Führenden. Wie sie прекрасны sind, wie die Frau, die ihr Lieblings-Lübben, in der tischem tischungelten. Es geht um die Liebe zu einem Titel. Das war eine Musik von Nikolai Lassen. Gerade bei der Lünen und Zwolle sind die Norte, die sie so jäsen sind. Ich bin dir, meine Liebe, ich bin dir, ich will dir dein Herz für dein Leben, Amen. 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 Applaus Jetzt wird es ein bisschen poppiger. Jeeves & Wuster, Herr & Meister, die Musik aus der bekannten britischen Fernsehserie. Geschrieben hat sie Anne Wadley, eine britische Komponistin und Popmusikerin. Jetzt wird ein bisschen Papsova, Jeeves & Wuster, Lord & Meister, Musiker aus der britischen Serie. Er ist ein bisschen poppiger. 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 Amen. Amen. Wir nähern uns leider schon dem Ende des Konzerts. Zum Abschluss gibt es drei Stücke aus dem Musical »The Feetler on the Roof«, auf Deutsch besser bekannt als »Anna Tefka«. Wenn ich einmal reich wäre, Jahre kommen, Jahre gehen und zum Wohle nach Heim. In den Konzerts werden die Fies aus dem ähnlichen Musiker »Anna Tefka« oder »Tefye«, »Tefye« oder »Tefye«, »Morochnik««, »Jerry Bocke«. »Jesli wo ja był bogat, gode idut, gode idut, gode idut. Ura, licha«. Ura, licha«. Musik 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 Amen. 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 Amen.